Ja, es ist eine große Freude für diese Aktion Gebet und Fasten für Europa. Und jetzt, diesen Monat, Oktober, beten wir für Frankreich. Und man fragt sich manchmal, lohnt es sich zu beten und fasten? Natürlich lohnt es sich. Ich habe gute Nachrichten bekommen von einem Land hier in Europa. Da war ein christlicher Club auf einem Treffen von Leiter von verschiedenen Clubs. Da waren also Präsidenten, Vice-Präsidenten und so weiter. Also es war kein normales Club-Treffen mit allen Members oder Mitgliedern, sondern nur von Leiterschaft. Und wir haben ja dafür auch gebetet, dass wir beten gerade für die Präsidenten und so weiter. Und die Leiterschaft, dass sie sollen Jesus Christus erleben. Und ihr soll dann auch, ihr Club soll dann auch, oder dass sie vielleicht einen neuen Club starten. mit den Werten von Jesus und dass die Nachfolger von Jesus werden. Und das ist ja unser Gebetserlebnis, dass wir sehen, dass viele Biker zu Jesus kommen, zu Glauben kommen. Und auf dieser Treffe waren etwa 500 Leute. Und 400 Biker werden dort verteilt. Also das fast, oder 80 Prozent, ich kann nicht nur gut rechnen vielleicht, aber vielleicht etwa 80 Prozent von den Leuten da haben die Biker-Bibel bekommen. Ja Leute, wir sind in einem Abenteuer zusammen. Und ich finde das so wichtig, dass wir weiter beten und fasten. Nächster Monat, November, beten wir und fasten für Italien. Und das ist ein Land, der, was sagt man, nicht so viel, ja, an Jesus Christus so richtig glaubt. Sondern man glaubt an viele andere religiöse Sachen. Aber Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Das ist die Botschaft, die wir auch bringen möchten nach Italien. Und darum haben wir auch in Verona, diese Biker-Bibel etwa 12.000 Euro schon verbreitet, nur auf dieser Motorradmesse. Und jetzt sind wir jetzt dabei, eine dritte Auflage zu drucken, 10.000 Euro. Und das kostet etwa 20.000 Euro. Dieses Geld haben wir bis jetzt nicht. Und wir stehen nur im Anfang des Semmer, so wie das drucken, dann im Januar auch das bezahlen. Und ich brauche eure vier Bete. Ich brauche auch, dass ihr für das betet. Bitte auch, fragt in Gemeinden. Fragt auch bei eurem Freundeskreis. Oder so, ob das Spende von 5 Euro oder 10 Euro oder 20 oder 100 Euro. Oder vielleicht überlegt auch in eurem Club. Soll wir auch dabei sein. Das Land in Italien sehen. Das ist so eine Gelegenheit. Wir kriegen diese Messe umsonst. Das ist etwa 7 mal 4 Meter. Und diese Messe, dieser Stand ist mittendrin in die beste Halle. Und etwa 120.000 Besucher sind dort. Also das ist eine große Gelegenheit. Also wir können das nicht, man kann manchmal sagen, okay, das Geld fehlt, wir können das nicht tun. Aber ich spüre in meinem Herz, ich soll das tun. Ich soll das tun. Ich soll das machen. Darum, Gott liebt die Italiener. Gott liebt die Bikes in Italien. Jesus hat einen Plan für diese Menschen. Und wir wissen nicht, wie lange wir leben. Ich oder du oder auch die Leute, die eine Bibel bekommen. Es kann ein Motorrad umfallen, es kann ein Krebs sein, es kann alles möglich sein. Aber das Evangelium muss raus bei diesen Leuten. So sei dabei. Tu alles. Und eine fröhliche Nachricht ist es auch. Etwa über 500.000 Baikobibeln haben wir schon gedruckt und verbreitet in Europa auf 13 Sprachen in 12 Jahren. Und meine Gebet ist noch 6 Jahre, dass wir das Ziel erreichen, eine Million Baikobibeln für Europa. Und es ist noch viele Länder da, die das nicht haben. Und ich bitte auch Leute, Jungs, Mädels, lass uns alles tun, dass wir das erreichen. Vielleicht überlegst du, ja, ich brauche jetzt ein paar neue Sachen für mein Motorrad. Vielleicht kannst du das verschieben ein Jahr oder zwei. Und sag, jetzt investiere ich das Geld für Europa, für Italien. Baikobibeln oder in deinem Land, dass wir als Club auch vorbereiten. Auch Geld für die nächste Auflage für Frankreich oder für euer Land in Deutschland oder irgendwo. Bitte, Leute, tu alles jetzt. Wir wissen, dass Jesus kommt bald wieder. Und wir möchten gern das Evangelium überall verbreiten. Und ihr seid, ihr christliche Beigländer, ihr seid Vorbilder für viele Christen. Darum, es zu zeigen, es ist möglich, die Leute zu erreichen, egal welchen Hintergrund sie haben, egal was. Und jetzt stehen wir hier und gehen voran und stehen zusammen in Brüderschaft. Leute, wir stehen zusammen im Gebet und Fasten. Und auf die Liste jetzt auch, überlegst auch, welche Tage du gebeten und fasten möchtest. Ich segne euch in Jesu Namen. Danke, Jesus, für alle meine Brüder und Schwestern in Deutschland, in Schweiz, Österreich, überall in Europa. Segne sie, lass diese Clubs, unsere christlichen Clubs, wachsen in Europa. Lass es stärker werden. In Jesu Christi Namen. Amen. 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 Vielen Dank.